Jetzt flippe ich aber aus. Jetzt fliegt mir aber gleich der Sack davon. Herzlich willkommen liebe Zuschauer, willkommen beim Dummschwätzer. Hier eine Folge mit Toy Soldiers. Und heute gab es das bei Steam für einen Euro oder so. Einen Euro 80. Mensch, da muss man zuschlagen. Da muss man einfach zuschlagen. Kampagne. Ich habe die Musik ausgemacht. Wegen Treffern und so, weißt du? Man will es ja nicht. Ich lese mir das mal durch, wenn ich groß bin. Wenn ich alleine spiele. Aber für euch mache ich das ganz fix. Fax, fatz. Übrigens, an dieser Stelle, liebe Grüße an den Gründer von APK Parcours Freerun, Alexey. Hallo. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Alexey? Wodke. Ich dachte, man kriegt noch irgendwas erklärt in diesem Spiel. Das hinten ist anscheinend meine Basis. Ich kann ja so Sachen bauen. Ich zeige euch mal was. Diese Knirps habe ich jetzt gerade losgeschickt. Das sind unsere Soldaten. Eure auch. Merkt ihr, wie es eure Soldaten sind? Und da will einer durch. Tja, aber nicht mit mir, denn ich baue da ein Maschinengewehr hin. Und hier auch noch eins. Und es gibt halt Geld. Es ist ein Tower Defense Game. Es ist so geil. Es ist so geil. Gut, wie kommt man hier raus? Ich kann sie upgraden. Ich kann sie verkaufen oder reparieren. Wie viel Geld haben wir denn? Upgraden wir das mal. Oh, wie schick. Leute, Leute, die kommen doch gleich durch. Bin das Ding und bin voll gut. Machen wir mal sowas hier. Da ist der Mörser. Spielen wir mal als Mörser, oder? Oh, wie geil. Man kann den Mörser steuern. Man kann den Mörser sogar steuern. Jetzt flippe ich aber aus. Jetzt fliegt mir aber gleich der Sack davon. Jetzt gibt mal Obacht. Okay, also man kann jetzt nicht so gut steuern. Aber man kann es steuern. Doppel-Mörser, wie habe ich das gemacht? Guckt euch das an. Also das Spiel ist doch, das ist doch wirklich immiziös. Ba-bam-bam. Heyo, Black Patty. Ram-ba-dam. Heyo. Also da kann man nichts sagen, oder? Ich, ich, mich mag halt Tower Defense Spiele wirklich sehr. Diese kleinen, ja, diese kleinen Spielzeugsoldaten, die da eben kämpfen. Also das hat was. Das hat schon was. Bringt euch die Frisur, bringt euch die Fresse gut ein, die Frisur. Weil ich gehe morgen, ne, übermorgen zum Frisur. Und dann geht's rund. Gehen wir einfach mal hier vorne rein, würde ich jetzt einfach mal so knallert behaupten, ja. Und dann hier rein, reinballern. Hier rein in den, in den Vormarsch. Und die haben noch Raketenwerfer dabei, die Schweine. Und Granaten schmeißen sie. Ja, sind die denn noch zu retten? Diese kleinen, diese kleinen, verschießen den kleinen. Also wirklich. Mensch, bei uns hätte sowas nicht gegeben. Früher. Oh, oh, wie das abgeht. Das ist so cool. Und dann schießt er rechts daneben auch noch mit. Jetzt schießt er gerade in die Höhe, weil er behindert. Deshalb habt ihr das gesehen. Der schießt. Der schießt. Guck mal, dass ich mich irgendwie positioniere, dass ihr meine Fresse besser seht. Das hieß ja mal, äh, Killer, äh, ja. Und dann darf ich mir noch so Sachen annehmen wie, äh, Killer. Äh, am lauf und der Bond. Am lauf und der Bond. Am bond und der love. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Das läuft so gut. Oder lau- ah, ich launch gerade die Wellen. Die feinlichen Wellen, die starte ich damit andauernd. Ich bin ein Hammel. Dann graden wir hier mal alles ab, wie der Engländer sagt. Hä. Den mal richtig geben. Direkt von hier. Guck mal hier. Oh, guck mal. Ich zerpflück die von hier schon direkt. Ich zerpflück die von hier. Da, 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 da. Das ist cool. Hey, ich schreite Granat schmisse. Oh, Leute, übrigens bald. Bald. Alligator-Konzert. Oh Gott. Da muss ich wieder aufdrehen, wisch. Vielleicht zieht man sich ja auf dem Konzert. Schade, dass ich es noch nicht aufleveln kann. Muss ich wohl erst noch lernen. Aber das Repaire, das geht gut. Ich hab nur einen Mörser. Das ist eigentlich ziemlich behämmert, ne? Es gibt einen ID-Treffer. Dann bin ich gefickt. Oh, das Pferd ist auseinandergefallen. Habt ihr das gesehen? Alter, das ist total brutal und so. Pferde, Narren, schaut jetzt bitte nicht hin. Aber das sind nur Plastikpferde. Keine Sorge, das sind keine echten. Man sieht mir ein bisschen an, dass ich müde bin, ne? Ich bin total zerstört. Aber, ich nehm für euch was. Schöne Suff. Und bin sogar noch gut Clown dabei. Mensch. Oh, shit. Ich mach den Mörser. I need the Mörser. Nanananananana. Mörser tonight. Oh, geil. Was war's? Victory. Also, Mörser Level 2. Increased Range and Vehicle Damage. Und ein 18 Pfund Pfünder. Eine Haubitze. Long Range and High Damage. Ineffective and Close Range. I shit in my pants. Hier, die Stadts brauchen wir nicht. Ah, ihr müsst wissen, wir haben vorhin, wir waren vorhin bei Werl. Und es waren noch Freunde da und so. Wir haben Fußball gespielt. Und ihr kennt das, ne? Wenn man jahrelang sich nicht bewegt hat, wenn man praktisch in der Stase war. Dann schon wieder was macht, so wie Fußball. Geht eigentlich. Aber ich hab mich halt dann so behindert, verdreht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall tut es jetzt sauweh, also an der Lunge, wenn ich atme. Ah, wenn ich mich nach hinten drehe, sterbe ich nach da. Ah, da ist es auch schlecht. Wir müssen die Schnitzel nutzen. Oh, haben wir da vorne schon was sitzen? Hey, das sind die Feinde. Seid ihr behindert? Oh, da kann ich nicht hinziehen. Wie ungeschickt. Klalli au. Sind das da Feinde? Man weiß es nicht. Ah, da oben haben sie einen Mörser sitzen. Den würde ich jetzt ausschalten. Guck mal, wie geil das gleich aussieht. BAM! Daneben. Wie? Sage mal. Ja. Voll getroffen. Viel Spaß mit sterben, ihr Kracknasen. Oh oh, Maschinen Gun. Was haben wir denn hier? Ein Sniper? Cool, 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 cool. Wir haben da oben einen Sniper sitzen. Das ist ja richtig geil. Okay. Wie viel kostet ein Mörser? Okay, 700. Jetzt haben wir hier einen Mörser hin. Und der schießt jetzt nämlich schon auf die Scheiße hier. Sie hat sich nämlich ausgemörsert da drüben. Jetzt nehmen wir den Sniper. Cool, 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 Sniper. Guck mal, achte. Wow. Sniper.